KANX Elektroinstallation in Sichtbeton. Das ist heute ein Beitrag. Da geht es darum, was brauchen wir alles dazu, was bringt uns das Ganze und wie funktioniert das Ganze. Ganz schnell und ganz kurz in weniger als vier Minuten. So, da stellt sich am Anfang die Frage, warum habe ich jetzt eine Elektroinstallation oder warum will ich eine Elektroinstallation in Sichtbeton? Was ist überhaupt erstmal Sichtbeton? Das heißt also, wenn wir jetzt im Rohbau ein Gebäude, ein Haus aus Stahlbeton fertigen, also die Wände aus Stahlbeton, das wird dann nichts mehr drauf verputzen. Was bringt mir das, wenn ich keinen Putz mehr drauf habe? Naja, vielleicht will ich jetzt nicht so die konventionelle, in Anführungszeichen, Spießeroptik haben, sondern vielleicht will ich diesen Rohrcharakter haben. Beton hat einfach so eine ganz spezielle Anmutung und das kann natürlich in Kombination mit meinem KNX-Taster, mit meinen, sage ich mal, Bedienelementen, die ich an der Wand habe, das kann natürlich super, super stark aussehen. Mein Geschmack ist das und was sich auch gezeigt hat bei euch, bei vielen Projekten, die wir mit euch zusammen gemacht haben, dass sehr oft, zumindest einige Bereiche, aus Sichtbeton sind. Was ist wichtig beim Sichtbeton? Was muss ich beachten? Da sieht es einfach so aus, dass ich von Anfang an sauber arbeiten muss. Das heißt also, ihr müsst ein Rohbauunternehmen haben, was gewohnt ist, dass das ziemlich clean alles abläuft. Und was brauchen wir dann? Da kommen wir schon wieder dazu, was brauchen wir überhaupt an wichtigen Elementen? Dann haben wir zum Beispiel hier diese Beton-Einbaudose, die ist von Kaiser. Das ist das Kaiser-Präfix-System. Und was hat das auf sich? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel die Verschalung nehmen, da gibt es ja verschiedene Verschalungssysteme, die aus Eisen oder aus Stahl sind, dann wird das direkt hier der Abschluss von der Schalung sein. Das ist eine Beton-Einbaudose, die ihr direkt auf der Bewährung befestigt. Hier, an diesen Klammern. So, ich zeige euch mal, das ist eine 60-Millimeter-Dose. Also, wo man dann das Leerrohr hier einführt. Wozu brauchen wir das Leerrohr? In das Leerrohr kommen dann die Kabel, KNX-Kabel, Netzwerkkabel, Stromkabel und so weiter. Ich zeige es euch mal, das sieht so aus. Das führt ihr dann so ein hier. Und dazu braucht ihr dieses Kaiser-Präfix-System. Das Leerrohr, da muss ich natürlich den meisten von euch nicht jetzt groß noch mehr dazu sagen, das Leerrohr ist speziell für den Beton-Einbau gedacht. Also, da gibt es ja ganz unterschiedliche Leerrohre. Das ist jetzt hier ein fränkisches Leerrohr, FFKUS, mit einem Durchmesser von 25 Millimeter. 25 Millimeter heißt, dass wir hier bei dieser Beton-Einbaudose, dass wir da hier einen Durchbruch schaffen müssen. Wobit schaffen wir den Durchbruch? Weil wir es dann so einführen und das dann auf der Bewährung so befestigen. Dazu brauchen wir diesen Universal-Öffnungsschneider. Der sieht so aus. Das ist jetzt hier von der Firma Kaiser. Könnt ihr von jeder x-beliebigen anderen Firma nehmen. Mein Eindruck erstmal überhaupt, der funktioniert nicht allzu gut. Ich habe jetzt aber auch noch nichts Besseres gefunden. Und man kann hier, das ist so ein, kann ich euch vielleicht mal zeigen, das ist hier so ein Klicksystem, wo man unterschiedliche Durchmesser einstellen kann. Der maximale Durchmesser ist dann 25 Millimeter. Hier oben, da mache ich dann so meine Bohrungen, meine Durchbrüche. So, was ist ganz toll hier an dem Präfix-System, dass ich das natürlich kaskadieren kann. Das kann ich hintereinander, da kann ich mehrere Dosen zusammenfügen. Ich zeige euch das mal so. Muss man mal so schauen. So, das sind jetzt mehrere Dosen zusammen. Man kann drei, vier, fünf Dosen übereinander machen. Und dann klickt das auch hier so. So, und dann haben wir natürlich hier auch diesen Durchgang. Wenn wir jetzt hier das Rohr einfügen, jetzt habe ich jetzt hier gerade keine, also wir fügen das Rohr von oben ein. Und da können wir natürlich nach unten in 30 Zentimeter Höhe vom Fußbodenaufbau können wir eine Steckdose platzieren. Mit so einer Beton-Einbaudose und weiter oben oder mehrere Steckdosen und weiter oben haben wir beispielsweise auf 1,05 Meter den Taster. Das ist jetzt die Möglichkeit, wie man damit arbeiten kann. Wenn wir jetzt von einem Leerrohr ausgehen, man kann natürlich auch die jetzt nebeneinander setzen. Da muss ich natürlich mehr an der Bewährung dann zerschneiden. Worauf kommt es an bei der ganzen Geschichte? Ich brauche hier einen Rödeldraht. Das zeige ich euch mal hier so. Und der Rödeldraht, mit dem befestigt ihr dann, wenn ihr hier das mit diesen Klammern, diese Dosen an der Bewährung befestigt habt, dann nehme ich hier noch ein Rödeldraht und befestige das. Das kann man jetzt an vier Stellen befestigen. Hier, 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 wo auch immer ihr das befestigt. Und damit man das also recht einfach machen kann, ich habe jetzt mal hier so einen mechanischen Drillapparat, nennt sich das Ganze. Dann hakt man das hier ein und zieht dann so, ne, hier. So, das Ganze gibt es auch elektrisch. Als elektrische Ausführung der Einfachheit halber habe ich das euch mal hier gezeigt. Warum zeigen wir euch das Ganze? Weil wir schauen ja konzeptionell auf das gesamte Smart Home. Wir wollen jetzt nicht nur den Bereich Verkabelung KNX sehen, sondern wenn wir jetzt für euch konzipieren, planen, spielen natürlich diese ganzen Dosen von ihrem Typ auch eine Rolle. So, nochmal jetzt mal ein bisschen zu dem Kaiser-Präfix-System nochmal ein paar Detailangaben. Man kann jetzt die Kaiser-Dosen jetzt hier so auf der Bewährung befestigen und dann hier außen ist natürlich dann die, ist die Schalung. Und wenn man das Schalungsbrett, was aus Metall ist, abmacht, habe ich dann nur noch hier diese 60 Millimeter Durchmesser, die ich dann mit dem Hammer einschlagen kann. Und am Ende, wenn ich das eingeschlagen habe, habe ich dann meine Dose. So, ich muss mal das zeigen. So, und dann habe ich meine Dose mit meinem Leerrohr und dann kann ich über das Leerrohr, kann ich dann mein KNX-Kabel, mein Netzwerkkabel, mein Türsprechanlagenkabel, was auch immer, mein Stromkabel, das kann ich einführen. Wir empfehlen natürlich immer M25 Leerrohre, weil die einfach, also ein 20er oder ein 18er, 15er macht überhaupt keinen Sinn. Man kann hier maximal zwei Kabel einführen. Das ist dann natürlich auch schon ein bisschen anstrengend. Dazu gibt es ein Einzugsdraht. Und wie schaut das aus, wenn wir jetzt hier die Dose, die haben wir jetzt hier an der Bewährung so befestigt. Wie schaut das mit dem Leerrohrkabel aus? Man lässt es meistens immer eine halbe Raumhöhlenlänge, lässt man es raushängen. So, und wenn das Ganze betoniert ist, macht man die Schalung innen und außen ab. Dann habe ich hier meine Dose. Und dann jetzt kommt natürlich von euch die Frage, wie funktioniert das weiter, wenn ich das Kabel jetzt oben raushängen habe. Na ja, dann gibt es diese Verlängerungs- oder diese Kupplungsmuffen. So, hier ist auch von Kaiser. Ich sage es immer bloß so, weil ihr wollt das ja mal hören, von welchem Hersteller ist das Ganze. Da kann man das gut zusammenfügen. So, und das ist jetzt hier das andere Kabel, was dann zum Beispiel in den Technikschacht geht, was in die Decke reingeht, wo auch immer reingeht. Weil am Anfang, wenn ich die Dosen setze, macht es keinen Sinn, irgendwie 10, 15 Meter das Kabel zusätzlich unnötig lang zu haben. Die Kabel, die Leerrohrer kosten ja auch Geld. Und es ist viel besser, ihr kauft euch diese Muffen, ein paar hundert Stück. So, das ist für diejenigen, die es selber machen oder Elektriker, die das dann anwenden. Wir wissen ja, dass viele Elektriker uns zuschauen. So, worauf kommt es bei diesem Leerrohr noch an? Und dann, dass ich hier so einen, dass ich so einen Leerrohrschneider habe. Ich habe jetzt hier mal so ein Gerät genommen, so, und dass ihr das dann hier ganz gerade abschneidet. Warum ist das so wichtig, dass ich gerade abschneide, dass ich hier wirklich einen 90-Grad-Winkel habe? Weil ich dann hier mit meiner Kupplungshülle, weil ich dann hier auf der anderen Seite auch ganz bündig an das andere Leerrohr, an das Ende von dem anderen Leerrohr herankomme. Ist für mich, denke ich mir, sehr wichtig, weil wenn ich dann einziehe, habe ich hier einen nahtlosen Übergang. Also, wenn ich dann mit meinem Einzugsdraht meine Kabel einziehe, habe ich einen ganz nahtlosen Übergang. Ja, das vielleicht mal so zusammengefasst, was wir dazu brauchen. Wir brauchen ein Leerrohr. Das ist klar. Wir brauchen diese Kaiser-Präfixdosen. Ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel jetzt auf einer Metall, wenn ihr mit einer Metallverschalung arbeitet. Die meisten arbeiten mit einer Metallverschalung. Da kann man halt nicht mehr wie früher, dass man hier so einen Deckel irgendwie aufnagelt, wenn das Holz war. Das funktioniert in den meisten Fällen halt nicht mehr. Kommt auf die Schalung drauf an. Die meisten sind aus Metall. So, dann haben wir diese Präfixdosen. Dann haben wir hier diesen Universalöffnungsschneider. Wie gesagt, da könnte Kaiser einiges verbessern. Finde ich jetzt nicht so top. Dann haben wir hier diesen Drillapparat. Und dann haben wir diesen Rödeldraht hier. Da gibt es also, ich glaube, das sind ein paar tausend Drähte hier aufgewickelt. Und diese Drähte könnt ihr dann natürlich benutzen. Da braucht man auch eine ganze Menge, wenn man in einem Haus, sage ich mal, ein paar hundert solcher Dosen hat, hier, um das schnell zu befestigen. Wie gesagt, auch schon von mir jetzt gesagt, das gibt es mechanisch wie auch elektrisch. So, bei dem Einziehen der Leerrohre immer schön sorgfältig sein. Die ganzen Leerrohre sollten eigentlich unter Spannung sein. Nicht eigentlich, die sollen unter relativer Spannung sein. Die sollen also nicht so durchhängen. Das bringt uns gar nichts. Weil wir ja dann später möglichst einfach mit wenig Kraft die Kabel mit dem Einzugsdraht einziehen wollen. So, das war ein Beitrag von mir zum Thema KNX Elektroinstallation in Sichtbeton. Sichtbeton. Warum haben wir den Beitrag gebracht? Erstens, weil wir jetzt selbst mit Sichtbeton arbeiten und die viele, viele von euch in Sichtbeton bauen. Das kann ja teilweise bloß ein Stockwerk sein oder es sind mehrere Stockwerke oder es ist sogar ein Innen- und Außenbereich. Und natürlich will man dann eine saubere Elektroinstallation haben und die Anforderungen sind viel höher, als wenn man dann alles verputzen kann. Weil man kann nichts verschmieren, wie man das beim Ziegel vielleicht so macht. Dann putzt man einfach so drüber und klopft Schlitze. Schlitze wollen wir nicht mehr klopfen. Wir wollen mit diesen Dosen arbeiten. Und wenn ich zum Beispiel mit Kalksanstein arbeite, das haben wir ja auch noch, zumindest auch die Innenwände und die weiteren Stockwerke dann, da wollen wir natürlich mit den E-Kanälen arbeiten. Dazu gibt es von uns noch einen eigenen Beitrag, habe ich auch noch einen Beitrag gemacht und da kommen auch noch eine Menge Beiträge. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie man 2021 ein KMX Smart Home wirklich von der Pike auf, vom Aushub bis zum Einzug, wie das funktioniert, was das kostet, dann könnt ihr unsere Reihe Hausbau am Starnberger See anschauen. So, jetzt bedanke ich mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei der Installation von Betoneinbaudosen in Sichtbeton. Und wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich auf einen Daumen und wer uns noch nicht abonniert hat, der kann uns gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.